Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zur neuen Folge Game of Ben und willkommen zurück... Hä? Das war ein falsches Intro. Quatsch. Willkommen meine Freunde zu... Das hört sich besser an. Ja, ist besser. So, meine Freunde, willkommen zurück zu Choss 2. Ja, ihr musst lange drauf warten, viel zu tun gehabt und so weiter. Da muss ich mich entschuldigen, aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Ihr habt mir eure Clips zugeschickt, ich hab die in diesem Video verbaut und damit... Es muss erstmal gefeiert werden, oder? Es muss erstmal gefeiert werden, meine Freunde. Ja. Nein, Alf, kein Konfetti. Gut, wenn es sein muss... Ah, es geht weiter mit Choss, meine Freunde. Ah, es geht endlich weiter mit Choss. Ah, es geht wieder. Oh. Äh, kleine Information nochmal, bevor das Video startet. Äh, es wird Choss aktuell nur dreimal im Jahr geben. weil doch ein bisschen mehr zu tun ist an anderen projekten als ich dachte ich würde sagen auf geht's ne also viel spaß bei joss upsie geht's dir gut fettchen was nein das war so nicht geplant okay das war eine schnelle runde ich wusste gar nicht dass es da auch heil gibt kann aktuell nicht mit clips dienen ich wüsste zumindest keine spike down a ich glaube bis heute ist noch nichts lustiges passiert ich schwester ich könnte hier auf den kopf was der herpes von dem tier was der hat mich getroffen ja klar digga was hat der denn bitte für ein aim ein auf dead shot also langsam ist das witz los ich habe gesagt achtung oder was werden uns durchschieten können ich glaube ich bin bin lecker wo bist du denn bist du noch bei mir oder wo bist du denn das geht mit dir du hast irgendwie ganze wilde zuckungen ja du zuckst bei mir auch die ganze seite du musst vorsichtig so 3 2 1 3 3 3 3 3 3 5 4 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 7 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 20 15 Andere Familien? Von niemandem. Raga. Hey. Hi, hi, hi. Kann das nicht, man. Ich kann das nicht mehr. Geh kaputt. Geh kaputt. Wo ist das Ehrkraft? Ist doch alles gut. Oh. Was? Was zur Hölle war das für ein Fail? Guck mal, wir können auch hier eine Abkürzung, glaube ich, nehmen. Okay. Nichts. Cherry Papa. Eine Abkürzung in die Hölle. Was zur Hölle war das für ein Fail? Ich habe gleich einen Schwanz im Gesicht. Ist A, anders gemeint, als ist es klar. Alles klar, Digga. Gehst du schon auf, Klein-Ola? Ich bin bereit für die Haie, dann schlägt gut auf keinen Fall. Ich bin echt egal. Ich hab dich. Ich kann einem wie kein Einmeld sagen, dass ich aggressiv bin. Das ist wie so eine Moki, die 2,50 Euro kriegt. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ist so. Da gab es eine Dono-Sub. Was für eine Dono? Dann mal wieder was mit Ben machst. Bruder, mein Lebensinhalt ist nicht diese Person. Ist so. Ach dich. Ich bin echt glücklich. Schöne. Ach dich. Ach dich. Ach dich. Ach dich. Ach. Bis zum nächsten Mal. Der Scheiß liegt hier überall umher. Das letzte Mal mit Konfetti. Das letzte Mal mit Konfetti. Scheiß liegt hier überall umher, meine Fresse. Was zur Hölle war das für ein Fail?